Mein Name ist Nicola Sitta. Ich lebe mit meiner Schweizer Familie in der Gegend von London. Beruflich bin ich Professor an einer Uni. Ich muss nachdenken, dass die Arbeitsplätze dahinter sind. Das ist Verdienst, das ist Wohlstand dahinter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wohlstand in Gefahr, so begründet Bundesrätin Karin Keller-Sutter ihre Ablehnung zur Begrenzungsinitiative der SVP. Können Sie das auch nicht mehr hören? Und möchten Sie vielleicht etwas machen für unsere Schweiz? Dann stimmen Sie ja zur Begrenzungsinitiative. Ich stimme ja zur Begrenzungsinitiative. Ein Ja zur Begrenzungsinitiative ist ein Ja für uns. Begrenzungsinitiative. Begrenzungsinitiative. Untertitelung des ZDF für funk, 2017